Shadow Kings, gibt es das noch? Ja, das gibt's noch und ihr werdet es in der Überschrift entnommen haben, ich habe mich dazu entschlossen, die Serie mit diesem Video zu beenden, das heißt, wir haben ja mehr oder weniger Shadow Kings mal angefangen, generell, wer sich die App noch abchecken will, ich finde sie immer noch nicht schlecht, ihr findet den Link dazu unten in der Beschreibung, aber ja, sie hat mich jetzt auf lange Sicht dann doch nicht so vom Hocker gehauen, man muss doch insoweit viel Zeit reinstecken, dass man zumindest mehrmals täglich reinschaut, dass man seine Münzen abholt, ihr seht hier, ich habe es wieder verpennt, dann gibt es nur 58 Münzen, das Angreifen ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, also ein bisschen Fahrt, würde ich sagen, es ist eben nur auf taktische Sicht und ich komme da auch nicht so recht voran, da ist es eben nicht schaffe, jeden Tag oft reinzuschauen, damit bekomme ich kein Gold und kann dann so dementsprechend auch nicht meine Truppen ausbilden, wenn wir hier mal reingehen, das Militärmenü aktuell, hier sieht man meine Truppen, ich wurde zerstört, habe jetzt so gut wie gar keine Truppen mehr, möchte ich jetzt wieder neue bilden, ja, ich sage, davon kann ich noch 5 machen, kaum gehe ich zur nächsten Einheit, kriege ich nur noch 3 und das war es schon in meinem Gold und gerade die neuen Einheiten kosten 105, ihr habt es hier gesehen beim Einsammeln, ich bekomme für 5 Stunden 230 Gold und kann mir damit, wenn wir gerade nochmal zu diesen Einheiten zurückgehen, gerade mal 2 Paladin oder bei den Verteidigungseinheiten nicht mal 2 Zauberer oder 270, jetzt muss ich nochmal schauen, was man bekommt, ich glaube es waren keine 270, 230, ja, also das misshakt mir ein bisschen an dem Spiel, also ich sage, man braucht die Einheiten zum Angreifen und die klappt es nicht, auch hier mit den Gebäuden, wenn man angegriffen wird, werden sie zerstört, die brennen so teilweise, dann muss ich die alle wieder renovieren, kann ich alle auf einmal renovieren, möchte ich das machen, muss ich Diamanten einsetzen, was ja generell das gute Recht von den Entwicklern ist, einfach um da ein bisschen Geld zu verdienen, aber im Großen und Ganzen muss ich ehrlich sagen, stehe ich dann doch ein bisschen mehr auf die Action geladene Spiele und nicht so ganz auf das Taktische, wie hier es ist, ich habe ja hin und wieder gesagt, es ist für zwischendrin eine ganz gute Abwechslung, der Meinung bin ich auch immer noch, aber auf die lange Sicht hin hat es mich dann eben nicht voll überzeugt, was ich auf alle Fälle noch weiterhin cool finde, ist die Chat-Funktion, die es hier gibt, dass man sich Nachrichten schreiben kann, ihr seht hier, ich bekomme hin und wieder Nachrichten, ähm, Blatt gemacht von einem Level-12er, der hatte mich dann wahrscheinlich, wenn wir mal in den Verteidigungs-Log, ähm, reingehen, dann hatte der mich wahrscheinlich angegriffen, genau, da hatte Aragorn angegriffen, ähm, und, ja, ich finde, man sieht dann auch gar nicht so viel, mit was, also ich, auch wenn ich das Spiel schon länger spiele, steige ich noch immer nicht bei allem komplett durch, man sieht jetzt hier, was an Ressourcenverlorung ist, was für Kriege eingesetzt wurden, ähm, man sieht es leider nicht, ja, er bejubelt jetzt hier, dass er mit doppelt so viel Einheiten angegriffen hat, wie bei mir in der Festung waren, was natürlich auch witzlos ist, und ja, das ganze Spiel ist irgendwie, mich haut es wirklich nicht mehr vom Hocker, also, von daher habe ich auch gesagt, es macht ja keinen Sinn, was weiterzuführen, was weder euch besonders viel Spaß macht, noch was mir besonders viel Spaß macht, und ich wollte es aber nicht so ganz sang- und klanglos beenden, sondern wollte der App, ähm, zumindest noch so ein letztes Fazit geben, was es so die Gründe sind, warum ich selber auch ohne die Serie nicht mehr weiterzocken will, das heißt, ich werde es nicht nur keine Videos mehr auf meinem Kanal zu Shadow Kings machen, sondern ich werde auch generell Shadow Kings selber nicht mehr spielen, ob ich es jetzt gleich vom iPhone lösche, weiß ich noch nicht, der Spielstand wird ja mehr oder weniger eh gespeichert sein, das heißt, der wird dann im Nachhinein wahrscheinlich auch nicht weg, ich weiß jetzt gar nicht, über was das hier läuft, ich glaube, Shadow Kings läuft gar nicht unbedingt über das Game Center, sondern über, ähm, von dem Mitarbeiter, hier was eigenes, glaube ich, genau, hier gibt es nämlich, sollte man aufs Benutzerkonto gehen, ja, kann man sich ein eigenes Benutzerkonto erstellen, hier wird auch teilweise gechattet, aber man sieht auch, das Ganze ist neben einem High passiert da nicht besonders viel und dementsprechend, ja, ähm, würde ich sagen, ähm, die letzte Folge zu Shadow Kings, wie gesagt, wer es nochmal noch abchecken will, ist es sicher kein schlechtes Spiel, ihr findet den Link dazu unten in der Beschreibung, ähm, aber das war es, außer hier kommt eine riesen Gegenwelle und sagt, nein, Brennerchen, hör nicht damit auf, ähm, von meiner Warte würde ich sagen, ähm, legen wir Shadow Kings damit nieder, wenn ihr da mir zustimmt, dann zeige ich mir das mit einem Daumen hoch, wenn ihr sagt, Shadow Kings soll weitergehen, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder gebt dem Video einen Daumen runter und dahingehend, was da dann entscheidet, ähm, werde ich dann auch dementsprechend entscheiden, wie es weitergeht, aber mein Entschluss war eigentlich, dass Shadow Kings und Brennerchen Blaze ab sofort getrennte Wege gehen. Jo, das ist so mehr oder weniger eine Beerdigung zum ersten Spiel, hatte ich so auch noch nicht, bisschen ungewohnt, ähm, aber ich hoffe, ja, was heißt, ihr freut euch, aber ihr stimmt mir dazu und wir sehen uns dann in Zukunft natürlich, bei anderen Folgen weiter, mach's gut, ciao.